Weiß auf Weiß. Hast du wohl wieder alles gegeben, Maria? Ja. Ja. Aber sie sagt, was sie noch nie gemacht hat. Ja. Ja. Aber was sie jetzt gemacht hat, weil du gesagt hast... Oh, die ist doch immer so gut. Was ist die? Oh, jetzt, nur meinetwegen, nur das ist sehr toll. Oh. Das sollte da jetzt nicht hin. Und was hattest du ursprünglich noch mal vor? So einen Apfelkuchen. Ja, aber Gisela macht ja einen Käsekuchen und dieser Apfel ist ja auch so mit Quark und so, ne? Ach so, das wäre ähnlich gewesen. Dann wäre das ein bisschen ähnlich, obwohl der, also ich finde den sehr lecker, die Apfelkuchen und der sieht sehr gut aus. Na, Klaus? Ja, ja. Ja, sehr gut. Wie so eine französische Tat. Ja. Ja. Du dachtest gestern... Ja. 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 Ja.